Der VfL Osnabrück steigt in einem Krimi am letzten Spieltag der 3. Liga in die 2. Bundesliga auf und ich würde sagen, wer so eine Nervenstärke hat, der hat es auch einfach verdient aufzusteigen. Du liegst in der 90. Minute noch 0 zu 1 hinten, zu Hause. Du brauchst zwei Tore, weißt du, musst das Spiel jetzt noch gewinnen, um aufzusteigen. Und dann die Nervenstärke zu haben, noch zwei Buden wirklich zu machen, größten Respekt, dass man das hingekriegt hat. Die Bremer Brücke ist ja für spektakuläre Spiele bekannt, die dort schon gelaufen sind, aber ich glaube, damit haben, ich denke schon, so manche starke Optimisten auch nicht mehr mitgerechnet. Und ich kann einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Es war mal wieder eine spannende und vor allem enge Bundesliga-Drittliga-Saison. Und ja, wer die Gelackmeierten sind, sage ich mal, ist Saarbrücken, denn die sind am Ende Vierter und da können sie sich halt nichts von kaufen. Die standen quasi das ganze Spiel parallel immer auf einem Aufstiegs- oder Relegationsplatz und auf einmal bis zu nur Vierter und bis Gelackmeier. Das ist schon echt krass. Aber ich bin gespannt, was Osnabrück in der 2. Liga machen kann. Ich bin gehypt und ich hoffe natürlich, dass sie nicht wieder direkt absteigen. Und das wird, glaube ich, in erster Linie das Ziel sein, denn mehr wird wahrscheinlich auch nicht drin sein. Wie findet ihr den Aufstieg von Osnabrück? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Aber nee, nicht vergessen. Wir hören uns in der nächsten Saison in Liga 2 und ciao.